Okay, ähm, wie sieht's aus? Haben wir irgendwelche Missions? Haben wir oben ein dickes Fragezeichen? Ich glaube, dann können wir mal wieder zu Michael zurück wechseln. Weil der Bré hat, glaube ich, Mission. Oh, Aktie. Oh, actually, Aktie. Er bricht. Es ist so geil, dass man einfach so in sein Leben reingeworfen wird. Der ist halt gerade wirklich privat einfach am Fahren gewesen und wir übernehmen dann. Wir haben doch jetzt Geld bekommen bestimmt durch die Mission, oder? Ah, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay, schlafen gehen, dann macht das. Okay, dann gehen wir pennen. Dann gehen wir eigentlich pennen und wir schauen, wie sich das entwickelt mit der Aktie. Die ist jetzt gerade 12 Dollar wert. Warte, wir können mal gucken. Wie viel Cash haben wir jetzt gerade drin in der Aktie? Wir haben... Wir haben... Wir haben... Muss ich das selber ausrechnen, Bro? Wir haben 12 mal 282 drin. Mit Michael haben wir auch investiert. Der hat mit beiden investiert. Okay, die ist auf jeden Fall 12 jetzt gerade wert. Können wir pennen? Wo ist mein Bett? Ah, hier vorne. Ich wollte... Bei der Pante im Bett kann ich... Ah, nee. Hier? Ah, hier. Ja, das sieht eher so aus. Bruder, das sind 7 Liter oder so. Cola, Junge. Okay, Chat. Jetzt mal schauen, wie viel Profit wir machen. Okay. Okay, Freunde. Wie sieht's aus? Gar nicht. Hat sich gar nicht geändert. Warum hat sich's nicht geändert? Hat man nicht lang genug geschlafen? Nee, der meinte doch auch, dass auch Zeit vergeht. Der meinte doch, dass auch Zeit vergeht. Wenn man schläft, irgendwie. Irgendwie stand im Titel, dass man irgendwie Zeit skippen kann auch. Okay. Nee, wir haben nicht zu spät investiert, Bro. Die Aktie ist genau wie vor der Mission. Okay, wir wechseln mal zu Michael. Wir haben die Michael-Mission und wir haben die Leicester-Mission. Ich hatte Bock auf die Leicester-Mission. Chat, ihr auch? Leicester-Mission war bis jetzt sehr cool. Ah, nee, hier lang. Wir gucken, was Leicester für uns hat. Wir müssen jetzt einen Job machen. Life & Vader wäre vorher gut gewesen. Warum? Dann hätte ich doch, Bruder, dann hätte ich doch übelst Verluste gemacht. Lol, der Kopf hährt die Frau um da vorne. Dann hätte ich ja mega Verlust gemacht, Bro. Wenn ich es Life & Vader vorher kaufe. Dick hat halt der Kopf dann einfach diese Nutte da umgefahren. Wen verfolgt der? Ich glaube, die wissen selber nicht, was die machen. Okay, hier sollen wir ihn treffen. Ah, shit. Wir sehen immer noch aus wie so ein Tech-Atze. Hier rein. Besorgt ihr aus dem Kleiderschrank oder einem gehobenen Bekleidungsgeschäft gute Kleidung, um diese Mission zu starten. Wir sind zu schlecht angezogen. Bruder, wie läuft der da runter? Wir sind zu schlecht angezogen für die Mission. Das ist wild. Ja, aber ich habe kein Geld. Daher gehen wir kurz. Wir sind jetzt kurz zu unserem Kleiderschrank. Actually. Wir sind kurz nach Hause. Was ist das für ein Sender, Blue Ark? Dann gehen wir wieder zu unserem Go-To. Hier läuft's gerade mit dem Fahrrad. Junge, fahrt auch nicht jetzt los, du Hund. Der ist schon mal höher gefahren. Der ist schon mal höher gefahren. Geil, die sagen das im Radio, hört man zu. Die sagen ja auch, oh, die Aktie ist ziemlich unten und so. Okay, krass, das habe ich einfach nie gecheckt. Also, ich habe nie zugehört, als sie das vorhin reden. Ich fahr mit, ich fahr mit Maustastatur aktuell noch. Heute nur GTA Brau. Wir haben schon komplett Sam vs. Wild uns reingezogen. Wir haben schon so viel gemacht heute. Oh, ich habe die A-Mission gestartet. Egal, actually, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Okay, fahren wir in der Karre, wa? Erst mal Finanzen checken. Digger, scheiß auf den Sohn, Bro. Wir müssen in Stacks, man. Oh, wie soll das Auto hier nehmen? Wir sollten dieses Auto hier nehmen. Das ist das bessere Auto für den Familienausflug. Ja! Oh, klingt das geil. Absicht für Absicht, wollte ich testen. Absicht wollen Stoßdämpfer testen. Absicht wollte Überrollkäfig testen. Oh, mein Gott, das Blut, Bro. True, true, das war ein Joey Kelly WTF-Moment. Geil. Wähle ein Fahrrad. Ich will das da hinten haben. Das hier. Machen wir Rennen? Okay, Rennen. Es gibt Sprint. Vordergrund, Rennen ist mit Kuh. Können wir nicht da nicht eine Abkürzung nehmen? Wie dumm sieht das aus, als wir gerade... Oh, Caps Lock. Yo, Stunt. Bruder, der Typ ist so weit weg. Oh, ich bin echt falsch gefahren. Bin falsch gefahren, er ist immer noch nicht da. Bro, wie dumm seid ihr, hallo. Ey, so geil. Ey, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das macht Bock. Alter, hier stand ich auch schon. Hier war ich drauf schon. Hier ist ein Baba-Gum-Shop. In echt. Da oben haben wir schon drauf mit Stream. Junge, wie geil. Oh, falsch. Okay, was für eine komische Mission war. Wo war das? Er ist Santa Monica Pier in Los Angeles. Warum muss ich deine Hand halten, durch diese ganze Weltkrisis-Bullshit? Und warum hast du deine Nase auf Trace's Butt manchmal? Weil Trace doesn't buy cars, sie kann nicht afforden, damit die Thugs sind in unserem Haus. Trace doesn't get kidnapped oder destroy my yacht. Unsere Schwester hat gebumst, um im Fernsehen zu sein. Ja, ich hab's mit Heilung gesehen, ja, Mann. Ein Refugee-Raf, Bro. No way. Unsere Tochter wird da gebumst. Wir müssen erst Snacks kaufen. Wo krieg ich Snacks? Hier? Ich brauch Heilung. Hallo? Ja. Ich kann nicht... Ah, ne, actually, mein Leben ist wieder hoch. Mein Leben ist wieder hoch, Chad. Okay, dann ficken wir da erstmal jetzt mal die verfickte Yacht hier weg, Alter. Wow. Left Shift zum Hochschwimmen. Oh, wie komm ich hoch wieder? Alter. Dit war knapp. Okay, drücken, um zu schwimmen. Nee. Halt ich gedrückt, um schneller zu schwimmen. Okay, Digga. Tauchen machen wir erstmal nicht. Tauchen machen wir erstmal nicht, Chad. Das ist mir ein bisschen zu verrückt. Haben die aber schon ganz geil gemacht. Digga, ihr müsst überlegen, das Game ist... Wie alt ist das Game, Chad? Wann kam das... Oh, oh. Ach so, wenn ich... Oh mein Gott, wenn meine Ausdauer leer ist und ich, äh... Und ich mach Sachen mit Ausdauer, dann krieg ich... Dann zieht es mir eigentlich viel Leben ab. Okay, good to know. Warte, wenn ich jetzt komplett chill, dann holt sich mein Leben direkt auf Halt, ne? Oh mein Gott, ich freu mich jetzt alle über den Haufen zu schießen, einfach nur. Digga, da ist aber unsere Tochter. Geil. Geil. Zehn Jahre. Digga, dafür ist die Grafik wirklich krass. Oh mein Gott, jetzt gibt's ein Jet-Ski-Rennen oder so. Geil. Oh, 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 yo, yo, yo. Oh. Ja, 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 wir reden nicht drüber, wir reden nicht drüber, wir reden nicht drüber. Chad, ähm, Ding. Meine W-Taste hat geklemmt. Meine TB-Taste hat geklemmt. Easy. 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 They're both dead, I can't believe this. Das ist das Tastaturen-Maus-Aim. Der macht das öfter. Der hat mal höher geschossen. Oh mein Gott, man kann sogar die Wellen so richtig schanzen hier. Yo, wie krass ist das gemacht? Yo, das ist crazy gemacht. Krass. Ey, ich wollte die Wellen ein bisschen testen. Oh mein Gott, sind hier Schanzen und Shit? Ey, Chad, das müssen wir kurz machen. Das müssen wir kurz machen. Boah, ist so schwer zu lenken mit dem Wichser. Okay, das war noch nicht so krass. Wir tanken noch mal die andere. Ja, nee, Spock nicht so krass irgendwie. Der ist mal niedriger gefahren, ja. Für echt, für echt. Das ist ja das Geilste. Hält der irgendwann an? Okay, ja. Hält irgendwann an. Komm runter! Wo ist er? Das Geilste. Das Geil ist natürlich die komplette Erwachsenwerden-Phase begleitet. Krass. Das ist krass, Mann. Hey, Chad, noch eine Mission. Dann. Let's go! Wir machen so ein Progress heute. Das ist das, was ich einfach zurückkriege. Du hast mein Leben verholt. Let's go! Ja, ich glaube, dafür kriegen wir kein Geld, ne? Der LCN-Stock ist an ein Spiel gekoppelt. Der Borsack-Stock ist an das Kaufverhalten aller Spiele online gekoppelt. For real. Ist das echt so? Auch wenn ich Story-Zock. Weil das würde bedeuten, dass wir die iFruit-Aktien völlig umsonst gekauft haben. Ehre, der Tochter gesaved. Ja, das Ding ist, die Tochter wollte selber gar nicht so richtig gesaved werden. Diese Achterbahn sind wir, glaube ich... Ah, nee, die sind wir nie gefahren, die Achterbahn. Dann hatten wir immer Schiss davor. Aber das... Doch! Actually, einmal sind wir die gefahren. Das Riesenrad sind wir schon gefahren. Und hier müsste es irgendwo so eine Schiffsschaukel geben. Ah, die gibt's hier nicht. Dafür stand das, glaube ich, nicht da. Und hier in dieser Halle... Hier ist so Gambling-Shit drin. Da hab ich... Äh, hab ich... Hab ich gegambelt, als wir in LA waren. Und hab so ein paar Sachen gewonnen. Aber so übelst... Nur Shit halt. Hey, was's up? Ähm... Hier ist ein Burger-Laden. Hier ist Burger und Pommes drin. Hat ein paar Läden fehlen. Hier ist ein, äh... Wie heißt das? Baba Shrimp? Ein Gumpa Shrimp oder so? Und hier ist... Hier ist so ein Souvenirladen. Da hab ich mir die Postkarten-Shit geholt, Digga. So krass. Forrest Gump? Ja, ja, aber es gibt... Digga, wie heißt denn das? In Forrest Gump gibt's ne Essenskette, aber genau die gleiche gibt's hier auch. Okay, wir fahren jetzt kurz zu... Oh mein Gott, der Porsche da! Wow, den müssen wir fahren. Den müssen wir fahren, Chad. Ist das ein Porsche? Ja. Soll einer sein, ich glaube. Okay, wir müssen kurz zu Michael nach Hause. Um uns umzuziehen. Um dann die Läster-Mission zu machen. Schaut mal, VJ, ich weiß, das ist die, diese Cam. Aber ich mag's am liebsten weit weg von außen. Ähm... Hier ist der Ausgang. 1.1 1.1 3.1 4.1 5.1 20 Degrees Convention Center mit a bunch... 5.2 4.1 5.1 6.4 5.1 7.1 7.1 6.1 ähm, genau was ich sagen wollte ich glaube in GTA 6 wird das ganze Thema mit Radio und so sehr krass sein und ich call's euch auch rein, es wird mehrere Podcasts geben es wird mehrere Podcasts geben, die von echten Menschen aufgenommen wurden für Ingame-Stuff, die du da einfach anschalten kannst Edeltalk in GTA 6 so die Amis einfach hören, deutschen Podcasts an, oder? Boah, das wäre echt krank stell dir vor, man schreibt so Rockstar an und sagt so hey, wir haben Podcast für die deutsche Audience, wollt ihr den so reinbauen könnt ihr kostenlos machen und dann könnt ihr eigentlich Ingame-Edeltalk hören das wäre so krank Honey, I'm home also meine Theorie ist ich glaube halt, wenn du ins Auto gehst wird es dieses klassische Radio schon noch geben aber ich glaube, es wird wahrscheinlich viel mehr mit dem Handy gearbeitet weil das Handy, was wir hier haben, ist ja so ein keine Ahnung, 2005er Handy, so checkt ihr ich glaube, es wird viel mehr mit Handy machen und das Handy wird auch besser zu bedienen sein es wird nicht mehr, glaube ich, so umständlich sein immer mit so rausholen und entlangtappen und so, ich glaube, die werden das irgendwie smarter lösen und ich glaube, du kannst dann Realtalk in dem Handy auch einfach auf die Podcast-App gehen und kannst dann halt zwischen so 10 oder so Podcasts, also so richtig, als wärst du auf deinem iPhone so, du gehst hier so rein gehst so bei Podcasts rein äh, sagst dann irgendwie, ja, keine Ahnung, Bro Podcast über, über, weiß ich nicht äh, fucking John Rogan Podcast so, ich, ich glaube, das wird es für real geben, Mann wie Spotify-mäßig, ja vielleicht kannst du sogar wirklich eigene Songs und so eigene Playlists auch machen die müssen eigentlich so abliefern wenn du überlegst die Erwartungen sind so krank, also die müssen ich glaube, es ist einfach nur bessere Grafik und so ich glaube, das reicht nicht, Mann Digga, wo geht denn die Treppe? nach oben bin ich völlig, ach hier du kannst auch schon eigene Musik oh, for real? aber mit einer, mit einer, mit einer Mod oder von Natur aus ähm ja, die Frage ist, wo ist mein Schlafzimmer? das nicht hier aha aha aha, Anzüge brauchen wir was haben wir? dann nehmen wir doch den, oder? einfach nicht lange rummachen nicht lange rummachen ist ja nur für die Mission ein Trailer ist sowas wie TikTok zu sehen das ist crazy das ist crazy ich bin so gespannt, Mann boah, ey Real Talk an Rockstars Stelle das muss ein Banger werden wirklich ey, ich würde im Notfall sollen die nochmal sagen wir releasen nochmal zwei Jahre später oder sowas aber Hauptsache das wird ein Banger wirklich okay, wir müssen zum L ja, Mann, ey aber fühlt ihr das wenn jetzt GTA 6 kommt und das wird einfach nur so keine Ahnung und das ist dann einfach wirklich nur so I don't know einfach ein bisschen bessere Grafik ein bisschen bessere KI so boah, ich glaube da werden die meisten Leute die sagen nee, Mann darauf haben wir jetzt noch nicht so lange gewartet ich erwarte schon dass sie so echt ein paar Sachen komplett neu sich denken neu ausdenken zum Beispiel wie man das Handy in-game usen kann wie das integriert ist oder einfach dass es sich frisch anfühlt neue Gedanken neue Ideen paar neue Systeme von mir aus einfach neuer Stuff irgendwie das wäre cool, Mann ich meine selbst wenn es ein normales GTA also selbst wenn es einfach nur GTA 5 ist mit besserer Grafik und besserer KI ist es auch schon geil ich meine dann wäre es auch schon geil aber ich hoffe mir einfach wirklich was Bahnbrechendes ich hoffe mir was was damals GTA 5 war wo Leute gesagt haben holy shit checkt ihr checkt es hier müssen wir rein so dann gehen wir mal zur Mission die Polizei wird komplett überarbeitet die werden auch mit Verkehrskameras arbeiten oh bin gespannt hier ist es so ein schwarz Geldbusiness okay das ist das okay das ist das ich habe nur eine mexikanische Hütte ein paar Millionen Euro weil ich habe das Haus der Frau ich muss hier nicht schlafen woher Mexikaner Martín Madrazo oh oh Demadrazo das ist nicht so schön oh wenn ich ihn er war er war charme so was du denkst oh ähm ich will entweder wir ein Bank in den Sticks oder wir machen eine Verhandlung welchen du magst du magst du magst die Verhandlung ist meistens aber ich muss einen großen Entschuldigen so Gem wie es ist dann gehen wir Evangelico und kaufen ein Engagement und wir brauchen eine Crew ich kann ein paar alten Leute es gibt keine alten Leute Moses Ironically Er hat Jesus gefunden. All diese Eidrisch-Kreis. Sie hat einfach nur geschehen. Die Crew aus dem Süden. Sie alle ging runter. Es gab ein... ...Eistern-European, der machte moves in Liberty City. Aber er ging quiet. Okay. Wir brauchen eine Crew. Hast du irgendwelche Kontakte in L.S. oder nicht? Ich arbeite mit jemandem, aber sie sind zu unvergültig. Ich werde mit einigen anderen. Nico Bellic ist von GTA 4, ne? Glaube ich. Ich habe es nicht gezockt, aber den Namen kenne ich nicht. Ja. Okay. Wir fahren jetzt zu einem Juwelier. Von FIB. Oh Gott. ... ... Ey, Chad, wenn der Brie hier recht hatte, wenn der Brie hier recht hatte und dieses Borsack, was wir investiert haben, in dieses iFruit, wenn das nicht hochsteigen wird, weil das das Online-Ding ist, dann sollten wir da auscashen und jetzt schnell in dieses Leaf-Finder-Dings da reingehen, oder wie das heißt, Life Invader. Dann sollten wir da rausgehen, weil dann bringt das ja actually nichts. Wenn der Brie recht hat. Wir gucken mal, wenn sich das jetzt immer noch nicht verändert hat. Hä? Digga, was? Puder, wirst du mir nur mal die Fresse hälst, du Opfer? Hä? Lass mich mal meine Aktien checken, du dreckige Nutte, Alter. Gut. Dazu. Ähm, Borsack, Märkte, oder mein Profil, können wir aufgucken, 12. Der steigt nicht. Der steigt nicht. Chad, wir gehen jetzt raus. Wir gehen jetzt raus aus iFruit. Okay. Und jetzt gehen wir rein in Life Invader. Ist actually sogar noch weiter gefallen. Actually gut, dass wir noch gewartet haben. Actually gut, dass wir noch gewartet haben. Okay, Life Invader rein. Das gleiche machen wir jetzt auch mit, äh, Franklin. Kann ich, kann ich wieder nicht, ne? Wegen der Mission. Ah, geht nicht, okay. Erinnert mich dran, wir das gleich machen. Here we are. Rip Cash? Nein, 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 nein. Das war smart. Das wird wieder hochgehen, Chad. Das wird wieder hochgehen. Ähm, kann man hier rein? Nein, wir müssen hinten rum. Die Firma geht tot. Ey, dann scheiß drauf, dann scheiß drauf. Chad, wir sind jetzt drin. Wir müssen einfach, Chad, wir müssen einfach nur... Wir gehen alle zusammen, Chad, wir sind in einem Boot. Wie ist der Geschmack, billig. Okay. Okay. Okay, von 8 bis 12k gehen die Dinger. Danke Sir. Ich habe das Gefühl dieser Wichser wird gleich sowas von gottlos ausgeraubt. So lustig. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh, ein Mobs. Na gut. Way up to the roof. Junge, mach mal die Tür zu. Kann man hier durchfahren? No way, deswegen? Weil ich durch eine Fußgängerzone gefahren bin. Drive around the block and look for a way up to the roof. Da müssen wir wohl hier entlang, hä? Mensch. Das ist illegal. Straßenverkehrsordnung. Warum sagst du Bitches mir? Spinnst du? Was geht's aber los hier? So you keep up with the old crew? No, after your death slash disappearance, there wasn't much holding us together. Yeah. You see him at all? After the incident? I kept tabs on him for a while, needed to, uh, know that he didn't blame me. I saw a ladder. Climb up it and see if you can get to the roof. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhiker to disappear. Where did they barry you from? Did you know? As far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? I'm not sure, Bro. OT, shootout, maybe just a car crash, right? Maybe just a car crash, right? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents and Vangelico originates. There should be a unit above the store. Anonymous charred remains on the highway. Anyway, they only knew what a sick puppy they had on their hands. Weiß nicht genau, von was er will, da will. Hier geht mal hoch. Freitag ist Heitag. Stimmt, heute ist ja Freitag. Ist es besser beschnitten? I've pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Ah, diese Leiter da bestimmt. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Ah, can we get any higher? Na, hier, hier drauf? Ja, hier drauf können wir. Dann hier drauf. Dann hier drauf. Dann hier drauf. Ich steig wieder ins Auto. Oh Gott, kann ich irgendwie mich runter seilen oder so? Sexy. Sexy. Kann ich irgendwie runter jumpen ohne zu sterben? Nein, scheiße. Muss den Weg wieder runter laufen. Ab sein, so wie bei Rainbow. So. Ich würde gerne einmal ropen. Okay, so geht's auch, ey, guess. Let's speed this up. We don't wanna draw attention. Wo muss ich runter? Hier? Mach Water Bucket. Lel. Ah, hier runter. Oh, richtige Labyrinth, die Scheiße. Wie lustig die Treppen laufen. Ey, Bruder. Was im Fick. So, mein Lieber. Digga, der sitzt auch nur rum, ne? Ach, der ist ja im Rollstuhl, ne? Ich wollte gerade beschweren, warum der nicht rausgeht, aber er sitzt im Rollstuhl. Digga. Ey, so war's nicht gemeint, man. So war's nicht gemeint, Bro. Bleib ruhig sitzen. Ja, das sieht aus wie ein einfaches Setup. Die Kameras sind auf dem remote Server. Wir können ihn auf dem remote Server sein. Der Sicherheitsguarde auf der Tür. Er will nicht sterben, wenn er die Rischhäste will. Er will nicht sterben, wenn er seinen Nacken in den. Die Alarmsysteme sind linkt zu dem Tuchloch. Wir haben ein guter Winde. Wir haben ein guter Winde. Und wir haben einen guten Existenz. Was noch mehr? Na, die, äh, 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 die Blas in den Kabinen war nicht bulletproof. Das bedeutet, du kannst ihn schnell genug machen. Aber die Steine werden sicherlich sein. So. Wir gehen in, wenn es öfter ist. Richtig. Oh mein Gott. Sorry, Bro. Das ist ein okayer Score. Ja, es ist schade, dass wir nicht nach uns gehen können. Digga, Motorräder sind so funny. Sorry. Schreiben Sie, wir sehen, was soll das heißen? Paco geht's gut. Bis auf die eine Schramme hinten. Hey Chat, ab Ende Januar habe ich eine neue Karre. Und zum ersten Mal ein Heckantrieb Auto. Bin gespannt, wie ich damit driften werde. Wir sehen uns auf Twitter. Okay, lass uns setze. Jetzt haben wir ihn, äh, äh. Ja, ja, 430i. 4-Hat-Graw-Coupé. Mein Traumauto. Hab ein Gebrauchtes gefunden von einem Rentner gefahren, zwei Jahre lang. Nur 3000 Kilometer drauf. Check-Pot-Auto. Check-Pot-Auto. Ich werd's euch vorstellen. Ich werd's euch vorstellen, wenn ich's hab. Check-Pot-Auto. Du gehst in Damm und du brauchst Fahr-Buyin-Rifles. Aber wir können sie nicht kaufen und riskieren sie zu werden. Nein, nein. Wir haben einen Date für Sonntag. Waren gleich gleich, wenn der fertig gelabert hat. Es ist echt wunderschön. Es ist echt wunderschön. Es ist wirklich wunderschön. Aber das ist die Schraube, die von LSPD-Tactical-Team. Also, einer der Vans ist wahrscheinlich ein guter Ort zu schauen. Ein Hacker kann die Kameras verändern. Und mach deinen Weg durch den neuen Subway-Tunnel, wo sie auf der Delperro-Freiwein befinden. Und er verliert die Kampfs in da. Und er findet einen Truck in der LS-River. Okay, ich will meinen Mann, Franklin, auf den Weg. Er kann ein Fahrrad anhalten. Okay, wenn du ihn aufrufst, dann nehme ich den Risiko. So, wie willst du das machen? Rann in die Front-Tür, oder versuchen, es smart zu spielen? Smart. Schlau. Wir machen's schlau, Bro. Ah, du hast wunderschön und kassierig in der alten Zeit. Okay? Selekt Personal mit dem in der Zeit. Wie immer. Je besser sie sind, je größer die Kuss. Jetzt der Fahrer. Die Fahrer werden die Fahrzeuge und überprüfen dich durch die Tunnel. Okay, wir haben einmal Eddie. Er ist ein guter Fahrer, hat gute Disziplin, gute Fahrzeugwahl. Aber er hat größeren Anteil. Oder wir haben Karim. Weniger Anteil, aber... Ja, nee, wir nehmen den, der besser ist. Wir nehmen Eddie. Alles auf Lowblow, du hast schon 7k geblowt. Hä, aber ja, Digga, was für... Digga, scheiß drauf. Das Geld werden wir kriegen, Freunde. Wartet ab, wartet ab. Das Investment wird sich so lohnen. Okay, da sagt er... Das macht nicht viel Differenz. Also dann können wir den schlechten nehmen. Ah, Norm. Er kam als ein bisschen Idiot, aber es könnte sinnvoll sein. Hacker. Backoffice, aber... Das ist die Person, die entscheiden, wie lange du in der Zeit gehst. Okay. Ja, da brauchen wir die bessere Person, ob wir es... Nein! Nein! Ich hab nicht gedrückt! Ach so. Oh. Oh. Oh Gott. Bro, ich dachte, ich hab den ausgewählt. Oh mein Gott. Bro, ich dachte, das ist over. Okay. Ja, Mann. So machen wir es. Wir haben das beste Team zusammengestellt, Freunde. Ich brauch gute Leute. Die Hose, Junge. Was für nahe passt du Golf hier, Bruder? Kann man... Muss man anhand des Bildes... Muss man anhand des Bildes beurteilen, gell? Okay. Ey, Chad, wir sind noch plus minus null bei Life Invader. Wir können noch rausgehen. Was sagt ihr raus bei Life Invader? Weil das... Chad sagt halt, das wird irgendwann hochgehen. Aber erstmal wird es noch so viel runtergehen. Hier sind paar Gambling Addicts. Ey, Real Talk, wir gehen raus. Real Talk, wir gehen raus. Wir gehen raus und beobachten die Aktie. Und sobald die diese Talfahrt gestoppt hat und leichten Trend nach oben geht, gehen wir rein. Smart. Okay. Ähm... Jetzt... Ihr meintet, ich soll zu Dings wechseln. Achso, der macht das schon automatisch. Hey, what's up? Hey, man. It's me, Michael. What's going on? Dave ist doch... Es ist immer noch ge... Es ist immer noch gesunken, Bro. Also... Well, I'm getting a crew together for, uh... You can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dawg. But I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals. Your own... Jobs. So... There's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Okay. Da war grad Realtalk, die Stimme von Trisha Paytas irgendwie am Start. Okay. Ah, ich muss actually... Ich muss actually zu ihm wechseln. Wo streibt sich der rum, der Bruder? Ah, der hat hier einen Taco gegessen, alter. Chillig. Okay. So, was hast du für Missionen? T? Tonja. Ach, Digga. Ist es wieder so eine Abschlepper-Mission? Was ist das hier oben? Fremdenfreaks. Eine andere Fremdenfreaks-Mission. Ich weiß nicht genau. Wait. Nee, ich muss actually zu Michael zurück. Ich muss actually zu Michael zurück. Ich kann die Aktie verkaufen, aber wenn's die Online-Aktie ist, juckt's eigentlich. Aber ihr habt recht, an sich kann ich auch verkaufen, ja. Ich muss zu Michael zurück. Okay. Let's go. Let's go. Ey, was hat Drake da gesagt? Hat er gesagt, love in the chat? Er hat irgendwas in seinem Stream sowas gesagt mit XY in the chat. In the chat. Was hat er aber gesagt in the chat? Anita mag so hin. Oh ja, stimmt. W. Er hat gesagt, W is in the chat. I don't know, man. Ich find Drake echt hat, also ich mag echt manche Lieder von ihm richtig krass. So, ich find ihn als Künstler schon ganz cool und so. Boah, dass er da dann streamt für diese Cringe-Seiten. Ich weiß nicht. Aber wie Kevin auch schon meinte, das ist in Amerika einfach was anderes, Bro. Die feiern das da. Sorry. Das ist einfach verrückt bei denen, Mann. Anita mag's win! Anita mag's win! So geil. Das war ein Funny Pit. Er hat schon Funny Shit gemacht. Aber Mann, mach's doch nicht da, Alter. Boah. Ja, Cringe halt, ne? Die Armys mal wieder. Würdest du, wenn du 100 Millionen bekommst, auch auf Ki wechseln? Boah, die Frage haben wir uns alle gestellt. Das Ding ist halt, würde man sozusagen... Die Frage ist ja, für wie viel Geld würdet ihr eure Moral verkaufen? Wisst ihr? Für wie viel Geld würdet ihr eure Moral verkaufen? Das ist basically das, was wir sich da ja fragen. Boah, wenn's 100 Millionen sind, so im Sinne von, du hast ausgesorgt, deine ganze Familie hat ausgesorgt, deine Kinder haben ausgesorgt, deine Urenkel haben ausgesorgt. Also, würdest du's dann machen? Mache ich das hier richtig gerade? Boah, ich hab das Gefühl, ich mach's nicht richtig. Dann fahr ich schnell wieder raus. Die sagen uns gar nicht, was wir machen müssen, oder? Soll ich einfach mal reinlaufen? Ist es besser, beschnitten zu sein, oder nicht beschnitten zu sein? Du musst den Truck klauen. Das wurde mir irgendwie nicht gesagt. Einfach den Aal klauen. Ich nehm den einfach jetzt. Hey, call the cops. He's taking the van. This guy's getting in a van. And call 911. Haha, ihr seid ja so dumm. He's taking the van. Ihr seid ja Turboscheiße. Oh, da sind die Cops. Oh, da sind die Cops. Damit rechnen die nicht. Guck mal, wie dumm die sind. Oh mein Gott. Outmove. Bitch. Okay, das Problem ist, es sind halt noch zwei neue gekommen. Egal, hängen wir easy ab. Hängen wir easy ab. Boah, dicker Slalom. Uh. Uh, oh, 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 oh. Okay. Smart. Oh, oh, oh. Das ist eher schlecht gelaufen. Aber auf ne Art trotzdem smart. Irgendwie, man kann's gar nicht so richtig in Worte fassen. Aber irgendwie hab ich's richtig gemacht, Bro. Ich hab einfach ein Gefühl dafür. Shit. Ich hab einfach ein Gefühl dafür. Ich bin einfach in deren Kopf drin. Ich weiß ganz genau, wie ein Kopf hier suchen würde. Ey, werde ich mit Zabi in dieses GTA-RP-Kopf-Live reinkommen. Das wird so krank. Boah, ich würde jeden anhalten, wenn der zu. Guck mal, ich sag hier. Ey, sie sind überstopfelt gefahren. Aber ich wäre ein sehr, sehr bestechlicher Kopf, glaube ich. Ich werd so die Verbrecher ausspüren. Ich werd den Server einfach innerhalb von zwei Wochen mit keinem auf dem Server spielen, Bro. Weil ich jegliche Kartells einfach niedergelegt hab. Einfach ausgerottet hab. Ich werd in Admin-Talk kommen müssen. Weil die sagen, Bruder, du bist ein zu krasser Kopf, du musst chillen. Es spielt keiner mehr. Du hast jede Mafia gefangen genommen. Zabi und ich machen einfach so Funny-Shit. Wir wollen es nicht so auf Ernst. Wir haben es nicht gesagt, wir machen so Funny-Cop-RP-Shit. Ich glaube, das wird ganz lustig. Vor allem, wir müssen ja erstmal uns bewerben und genommen werden und so. Das ist, glaube ich, auch schon Funny. Der Weg dahin. So, alright. Das Auto haben wir. Geil. Guter Kopf, böser Kopf. Ja, wir überlegen uns doch was. Das wird mad funny. Das wird sehr, sehr funny. Mit Zabi zusammen. Alter, ne Katze. Tschüss. I'll see if I can jump one. Okay. Fange das BZ-Gas bei HS ab. HS check. Wegen Hurensohn. Raus mit dir. Wo ist HS? Jetzt zwingt uns immer mehr, die Map zu vergrößern. Jetzt fahren wir da oben. 2200 Subs heute noch? Wie viel haben wir denn? Na, Bro. Na. Als ob wir hier noch so 80 Subs chillig rein scheppern. Ich schwöre, das ist doch geil. Leute auf dem Motorrad weg zu mähnen. Ist so funny. Holy shit. Alice in Montana. You're not walking. You're hiking. It's all about perception. You're not watching TV. You're pursuing a career in cultural studies. Ah, den müssen wir actually. Ey, sorry, ich weiß, das ist ne Autobahn und so, aber... Ich muss, ähm, ich muss hier einmal rüber. Wir schleichen uns ganz unauffällig an, Chat. Oh, fast reingefahren. Unauffällig. Oh, nein, ich hab eine Panne, Sir. Yo, 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 hey, hey. Digga, der Typ hat Action hier ne Schussweste an. Krass. Ja, das war doch ein cleaner Überfall, Bro. Kann man nicht sagen. Clean. Looking good, man. Boah, das war zu easy. Real talk, ich glaube, GTA 5 ist zu easy für mich. Ich glaube, ich könnte einen Try machen, vielleicht mit verbundenen Augen, Chat. Der Truck sieht über clean aus, muss man mal sagen, ne? Sieht sehr, sehr clean aus. Alright. Shit, der Überfall geht los, Chat. Der Überfall geht actually los. Die Hackerin, schau mal die Schuhe von der Hackerin. Hör, Lester. Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in our robbery and acted in self-defense. It's not gonna be an issue, because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself. No problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down... Okay, wir haben eine gute Hackerin geholt, deswegen haben wir viel Zeit. Oh, wir schläfern die ein mit Schlafgas. We move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Paige, you're in the truck with the bikes. Eddie, Norm, you got the van. Alter, wir überfallen jetzt den Wichser-Chat. See you on little Portolo, people. Initials only from here on out. Because you use too much gas on these guys, you'll kill them. What shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F. But you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger. Sorry, sir. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. Hey, Mike, you worried? I don't so. Did you pick the wrong people that come along on this? Remains to be seen. I didn't even make an update. Boom. 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 Wir spielen jetzt als Franklin. Wir sind in der Position. Wir warten auf deinem Signal. Wir warten auf deinem Signal. Wir warten auf deinem Signal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Kann man von hier direkt da rüber springen? Walkamock. Ja, ich bin noch da. Hallo. Oh mein Gott. Das war knapp, Chad. Und jetzt? Ich muss da rüber. Wie komme ich da denn hin? Hast du hier eine Tür oder irgendwas? Hört nicht zu, ne? Ich hab grad wirklich nicht zugehört, Mann. Ach, das Gas. Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Ich check's, ich check's, ich check's. Ey, ich mach den Papa Platte. Ich mach den Papa Platte. Ey, wisst ihr wie schlimm das wird, wenn Kevin dieses Spiel hier spielt? Der wird wirklich null Prozent zuhören. Okay. Ey, eine Sekunde. Okay. Was ist zu exhortieren? Ey, Mann. Du sagst. Bro, was? Wisst ihr noch, wo ich gerade gesagt habe, das Game ist zu leicht für mich? Nein, nein. Ey, es war Realtalk gerade ein Issue mit Maus und Tastatur. Es war gerade ein Issue mit Ding, Bedienung. Da war irgendwas verbuggt. Bruder, also jetzt bitte ich dich aber, ja? Ich hoffe auch, dass sie das Springen und so ein bisschen ändern. Movement King, ihr kennt mich doch. Hey, kid, something go wrong? Hold on. I got a angle. Okay. Es ist auch je nachdem, wie lang ich halte, desto stärker wirft er auch. Der war zu weit. Hey, Mist. Hey, not yet. Hä? Boah, das gibt's nicht. Ich hab doch höher geaimt. Nein. Ich hab, äh, ich hab geaimt, er ist an der Kalle abgebrannt, hab ich höher geaimt? Dann muss er doch reingehen. Acting for Clips. Ja, okay, jetzt hab ich, hey, Chad, ich hab jetzt die TikTok-Clips, äh, hab ich jetzt gefarmt. Jetzt mach ich richtig. Ich hab die Clips gefarmt, das kann ich richtig machen. Boah, das ist irgendwie supernervig hier, dieses... Na, nee, ich mach das nicht, ich mach das nicht. Dass der da nicht hoch springt, der so dumm, ne? Geht ja, ha, zu einfach von mir. Nein, 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 vor mir, vor mir, jetzt, jetzt wird's krass, jetzt wird's krass. Jetzt bist du krank, jetzt bist du krank. Watch this, watch this, watch this. Watch this. Zu weit. Ich move. Zu weit. Ich gehe runter mit dem Cursor, ne? Ihr seht's. Okay, never mind. Okay, never mind. So habe ich es vorher auch gemacht. So, genau so habe ich es vorher auch gemacht. Jetzt schlafen die alle ein, da oder was? Zehner. Zehner funktioniert das. First try, first try. Mega unauffällig. Mega unauffällig, meine. Wie mache ich das kaputt? Wie mache ich das kaputt? Wie schlage ich, Chad? Wie schlage ich? Ich habe es nicht gesehen, habe es nicht gesehen. Bin im Fokus, bin im Tunnel. Bin im Tunnel. Sehr gut, Chad. Sehr gut, Chad. Skulled it, man. 50 Sekunden. Who made this shit so small? Yo, hey. Ja, ist es... Reden wir gerade von Millionen? You're good at this, Em. Haben wir alles? Wir haben alles, oder? Ne, hier ist noch was angezeigt. Hier. Hier. Hier noch, hier noch, hier noch. Wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles. Wir haben alles, wir haben alles. Raus hier. Easy, clean, 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 clean. Clean. Clean, chat. Die schießen auf mich, Bro. Sind die dumm? Oh Gott, oh Gott, oh mein Gott. Geil. Franklin, Junge. Können wir eigentlich switchen? Anni, wir sind ja Franklin, aber mein. Vielleicht gerade ein Crash abgewertet, ich bin mir nicht sicher. He he. Uh, all right. All right, wo fahren wir lang, chat? What the fuck? Ey, das war ein cleaner Überfall. Kleine Komplikationen, ja, gab's hier und da. Aber all in all, clean bis jetzt. Okay. Okay. Okay, die Cops warten da so. Shit. They all over us. Hang in there, boys. I got this covered. Shit, man, we're struggling. Keep driving. The police on this truck should help us with the cops. Ich schalte die Cops aus, bevor er fressen und erreicht ist. Ich meine, ich kann die Jungs beschützen. Die schalte ich die aus. So vielleicht? Ja, die sind, die sind weg, die sind im Arsch. Done it, man! Done it! Junge, sobald ich hier im Fahrzeug bin, bin ich unstoppbar. Unfucking stopp, bro. Okay, so was machen wir jetzt. So was machen wir jetzt. Okay, okay. Wo fahr ich lang? Wo fahr ich lang? Wo fahr ich lang? Bro, ich hab Donation, ich hab Zap gelesen. Ja, egal, wir sind direkt wieder von da, oder? Ja, easy. Ja, war doch eine herrliche Mission, Alter. Bro, die haben so viel Cash da mitgenommen, Dad. First-Tracky-Bonus, ja, Unlucky, Digga, egal, passiert. Bro, im Notfall fahr mich mal AFK, bisschen Money in irgendwelchen komischen Side-Quests oder so. Get out of here, keep our heads down. Hey, you did good, kid. What did I tell you, Lester, huh? Mhm. Alright, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we got to clean up. I want you to stop by the house a little later on, we'll celebrate, alright? Alright. Okay. Huh? Mhm. Oh, man. We're back in action. Krank. Krank, krank im Mission, Alter. Yo, actually, der First-Track war schon da vorbei, wo ich dreimal diese Gaskanister falsch geworfen habe. Ich glaube, da war actually schon der First-Track vorbei, Chad. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, alright? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, alright? I'm gonna change, I promise. You won't even recognize me. Tanisha, man. Tanisha ist unsere Ex anscheinend. Guten Tag, man. Kostet der Dan zuerst? Ich will nicht bezahlen. Yo, das ist in dem Videogame. Yo, yo, ähm. Yo, 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 yo. Ey, das ist in dem Videogame und so. I love your tattoos, baby. Really cool. Okay. Applaus, Applaus, Applaus. I live for you, Applaus, Applaus. Digga, das ist alles Keg, Gag. Kein Mensch wird gebannt, weil es in dem Videogame sowas gibt, Bro. Boah, wenn Twitch mich dafür bannt, aber andere Frauen machen den anderen Stuff, den die machen hier auf Twitch, Bro, dann ist es nur noch lächerlich. Dann ist es nur noch lächerlich, Plattform, Digga. Außerdem habe ich direkt wieder weggegangen. Okay, ey, was haben wir für Missionen? Ich will immer M drücken für Karte, Mann. Wir haben eine Tonja-Fragezeichen und wir haben halt die Michael. Ja, lass Michael, lass die Michael-Mission weiter. Ich finde, Geldwäsche ist sowas Interessantes, weil jeder hat dieses Wort schon mal gehört und vielleicht bei Breaking Bad auch ein bisschen halt was davon gesehen. Aber wie genau so das Leute in echt machen, finde ich so spannend irgendwie. Checkt ihr das so? Geldwäsche? Weil das passiert ja so jeden Tag, irgendwo um uns rum vielleicht sogar, wenn ihr in der Großstadt lebt oder so. Waschen Leute Geld, Mann. Aber so, ich finde es voll spannend. Die ganzen Döner-Läden, jo. Wie geht sowas? Ey, ich weiß wirklich auch, ich weiß übelst wenig darüber. Also, du bist nur ein Opfer, leider. Äh, also die Basics sind quasi, dass halt... Also die Art, wie ich das kenne, ist, es gibt irgendein Unternehmen... Und das Unternehmen sagt, hey, wir hatten heute zum Beispiel einen Hotdog-Stand, okay? Beispiel Hotdog-Stand. Beispiel Hotdog-Stand. Es gibt einen Hotdog-Stand, der hat an dem Tag 10 Kunden Hotdogs verkauft, okay? Er schreibt aber auf, hey, ich habe actually 20 Leuten Hotdogs verkauft. Und er nimmt also sozusagen mehr, also er hat dann am Ende in seiner Kasse mehr Geld, als er eigentlich eingenommen hat von den echten Kunden. Und das heißt, diese 10 anderen Kunden, das ist das Geld aus der Geldwäsche, okay? Aber sozusagen nach außen hin, für das Finanzamt, sieht es dann am Ende aus, wie eine cleane Einnahme dieses Hotdog-Stands. Checkt ihr? Also die 10 Hotdogs, die nie gekauft wurden, keine Ahnung, er schmeißt die Brötchen und die Würste in den Müll einfach. So, dann bist du, dann wärst, wenn du das machst, bist du turbosicher. Weil selbst wenn die dann dein Ding kontrollieren, dann sagen die, okay, sie haben also gestern 20 Hotdogs verkauft. Dann können sie sagen, ja, guck, ich habe 100 Hotdog-Brötchen gekauft, 20 fehlen. Und dann können die auch nichts mehr machen, so. Aber die 10 Hotdogs, die du nicht verkauft hast, wo du so tust, trotzdem nimmst von dem dreckigen Geld dann was rein. Und plötzlich ist das Geld sauber, weil es eine Einnahme aus der Firma ist. Und die Firma kann mit dem Geld ja dann halt, keine Ahnung, kann dann irgendwas anderes damit machen. Oh shit, oh shit. Bro, was geht nun ab? Oh shit, oh shit. Eeeh. Trevor, baby, you wanna, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny, don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor, I told him. We all get high, we all get high, but that don't make it right. Leave it. The crystal has got us, babe, but that don't make it right, don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Er pumpt die Frau von den anderen. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Der Trevor ist auch ranzig, bro. What are you saying? Fucking my girl, man, it's wrong. Aber nichts ganz so Schlimmes. I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know, cowboy, it's okay, man. Dem wird's nicht gut ergehen, glaub ich. Ich glaub, dem wird's nicht gut ergehen, Chad. Ja, dem, der, glaub ich, ist in Kopfschmerzen. Who? I'm talking to you, huh? You fuck. Huh? Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking douche, I got it. Don't be cowboys forced our hand. We gotta find the rest of the lost. Okay, krank. Okay, das ist der dritte Charakter jetzt. Oh, der fährt sich aber gut. Die Karre fährt sich richtig geil. Wir sind jetzt hier, ne? Wir sind jetzt hier richtig im Norden. Ja, 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 geil. Stacken wir diesen Part der Map auf. Was spielst du da, Digga? GTA 5 Story, bro. Ich weiß nicht genau, wo wir hinfahren. Auf jeden Fall nicht. Nicht allzu weit. Ich find's zu witzig. Sorry, ey, ich find das zu witzig. Ey, wir werden, wir werden das, bis wir die Story durchgespielt haben, wir werden jeden einzelnen Motorradfahrer einfach umfahren. Es ist zu geil. So. Was geht hier ab? Oh, chill, wir müssen noch Duolingo machen. Was war das? Was war das? Was war das? Nein, nein, nein. Du wirst nicht mehr? Oh, weil du bist ein totes Mann? Und die einzige Szentier-Party der Seite ist das kleine Blut? Und das ist der Kuss auf der Kuss auf der Kuss auf der Kuss. Well, danke dir sehr viel, Caballoy. Das ist geil, das ist geil. Bullshit. Oh, ich liebe es, Denial. Das ist die erste Teil des Griefen-Processes. Brothers, jetzt alle halten wir die Hände, huh? Oh, sieht aus, wie du hast etwas, was du sagst? Huh? Hast du etwas, was du sagst? Das ist geil, das ist geil. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker-problem much longer. So. Die Karre fährt auf einmal super scheiße. You letting them go on purpose, Trevor? Try saying that again. Whoa. Musst du einsteigen, musst du einsteigen? Komm! Du kannst doch von der anderen Seite einsteigen. Oh mein Gott, dieser... Oh mein Gott. Dieser Dreadlock-Arte fackt jetzt schon übertrieben ab. Ah, scheiße, ich hätte ihn auch kurz mal nehmen können. Okay. Er bringt uns jetzt um sein Hauptlager. Und dann bumsen wir die Biker anscheinend. Ich glaube, der Typ hier in den Ritten fackt, die er über die raus, ja. Was für ein scheiß Sitzplatz auch da hinten, oder? Oh, man hätte hier die Schanze taken können. Nee, aber wir riskieren nichts. Wir waren auf safe. Oh ja. Naaaaah! Bullshit! Bullshit! Schießen die Reifen? Nein, nein, wir wollen ja, dass er ankommt. Wir wollen ihn ja verfolgen, wohin er geht. Ey, Jack, das war nicht mein Fehler, for real. Da war so ein Pixel, ein Pixel, unsichtbarer Pixel, wo sich die Autos berührt haben. Auf meinem Bildschirm war das, war ich schon vorbei. Wenn ihr genau hinschaut, hattet ihr ja gesehen. Ey, lege die Biker. Ey, wollen wir die einfach überfahren? Alle, die wollen das als Deckung benutzen. Ah, uh, aua. Wo sind die Wichser? Alter, Mavi, vielen Dank für die, die gibt's den, Bro. Where are you guys? Von wo, von wo? Von hinten? Das sind meine Mates. Oh, ja, Bro. I'm wiping out my whole customer base. Oh, shit! I got Charlie! Everybody, take cover! Die! Such a shame, we got to kill such a fine cookout. Und hier kommt noch einer. Haha! Wie viele kommen da noch? Ui, das sind noch einige. Ui! Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Das ist, das ist, das ist schlecht. Ich muss hier, nein, das war, ich muss, das war dumm. Oh, das anstrengt mit der fucking Knarre, Alter. Haben wir, haben wir eine andere Waffe? Ich hab doch nur die. Oh, Fähigkeit. Was ist meine Fähigkeit? Ich krieg schon mehr Schaden bei Gegnern, an der lege ich selbst, abwesentlich weniger. Oh, okay. Ah, wir haben die Dings. Oh, Lord. Digga, meine Mates sind aber auch wirklich am Full. Wo ist denn einer? Ah, der ist tot. Ich hoffe, du bist ein Organ-Donor. Ich warte. Digga, geil. Ja, das ist zu weit, Range. Das ist hart für mich, auch. Ich habe mich mit halb der Tweaker in der Stadt töten müssen. Ah. What the fuck is happening? On your face. Yo, hallo, wo... Oh, Gott. Ich hatte das 100%. Oh, mein Gott. Ja, das geht auf mich. Das geht auf mich. Das geht auf mich. Das geht auf mich. Ich guck schon auf die Minimap, Chad. Ich guck schon auf die Minimap. Okay, aber Waffen aufsammeln von denen ist actually ein Call. Oh, pricks. Oh, shit. Oh, shit. Goddammit. Ah! Oh, Gott. Step right up. Step right up. Übertriebene Waste. Liebe in Chat, das ist der Try! Mann, wieso geht der lieber lieber weg? Mann! Boah, ich bin zu schlecht, Bro. Ich bin zu bad. Holy shit, ich bin schlecht. Ich werde hier erstmal kurz ein bisschen Überblick verschaffen. Waffen einsammeln. Übersicht verschaffen. Waffen einsammeln. Wir laufen einmal komplett hinten rum. Wir machen einfach auf Chillic. Wir machen einfach auf Chillic. Wir machen einfach auf Chillic. Ich bin zufrieden. Oh shit. Nein, nein. Nein. Das war's. Lass uns den holen, der hier oben ist Ich bin gerade so konzentriert Krank Ach, kehre zurück zum Laster Haben wir actually alle? Das war ein guter Run Das war ein guter Run Ich glaube nicht, dass wir alle haben, oder? Kann man hier luken? Irgendwo war doch was offen Das war vorhin offen Oh, hier gibt es echt die Shit Yo Yo, hier wäre Rüstung gewesen Oh, ne AK Okay Oh, man I did it The hard way I did the hard way, guys Digga, dieser fucking NPC Steig jetzt ein Ah, so ne Ich fahre eigentlich ohne los Für die Story Okay Okay, ey, easy Ich sag mal Second try Second try Easy Ich hab das Gefühl Wir fahren die Scheiße Jetzt hier um Warum hüpft der nicht raus Boah, hüpft doch raus So ein Opfer Nice guy, Joe Hab ich schon gesagt Hoffe ich Kuss 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 Kats Hätte ich ihn actually killen sollen? Digga, er ist tot von der... Er ist tot von dem Ding. Ich dachte, ich gebe ihm noch so eine... Ich dachte, ich gebe ihm einfach noch so eine... So eine Bugpfeife als Einschüchterung. Aber gut, I guess. So haben wir es auch erledigt. Afrika! Okay, Mann, wir haben jetzt noch Trevor. Kranke Scheiße. Alter, ist das ein ekliger Ransladen. Ist das krank. Ihhh, ist das eine ranzige Scheiße. Und ich meine, hier zu wohnen ist das eine, aber so... Man kann es doch auch sauber halten. Hier hat er die Alte gebomst. Ah, ist ein brutales Game. Ich habe auch ein bisschen online mal gezockt. Aber die Story hat nie wirklich weitergezockt. Also ich glaube, eigentlich an dem Punkt, wo ich jetzt bin, kann ich mich nicht mehr groß erinnern, was jetzt noch kommt. Also ich weiß nicht, ob ich es überhaupt so weit gezockt habe. Na? Halt dich, äh, fern von meinem Auto, Alter. Where did we know that you, baby? Hey, chat. Gab's GTA 5 vorher oder Breaking Bad vorher? GTA 5 gab's vorher, gell? Breaking Bad. Ist das nicht ganz früher? Aufheel. Er hat einen Schuh macht Sinn. Ja, ja, true. Aber trotzdem krass. Digga, was geht bei Mr. Chang ab? Bro! Digga, der Typ ist so heil. What? What the fuck... I knew we were havin' visitors! Could I had that little spring clean? They really want you dead! Ah, ah! I'm back that bitch! Würde ich sagen, Ult gut genutzt. Habe ich keine Muni mehr? Alles muss man alleine machen, ne? Loll, what the fuck, was war das, der ist geglischt. Ayo, ayo, ich geh glaub noch mal hoch, alter. Habe ich keine Muni mehr? Oh, die ist unsichtbar, unsichtbare Waffe. Oh, die Ulti ist geil, die Ulti ist geil, Chat. Mit Kevin Kospiele? Ja, ja, Save Pro. Morgen zum Beispiel wird es Little Company geben, mit Kevin zusammen. Manchmal buckt das, wenn man hinter irgendwas steht. Die chinesische Delegation. Kommt raus. Digger, wie die eingefroren ist, guckt den euch an. Ist das krank. Das ist wirklich genau so der Breaking Bad-Vibe da so. Auch wenn es ja eine andere City ist und shit, aber so auch Wüste und alles verkrackt und so. Sind die Leichen noch da? Kann man die noch looten? Geht schon weg, gell? Scheiße. Da lag vielleicht noch Geld rum oder so. krank. Das ist krank. Das ist krank.